moin mario hier willkommen beim adventskalender und zwar wollen wir heute das türchen 21 päckchen 21 aufmachen das ist hier oben oben links oben rechts also oben in der ecke was ist das nicht mehr viel zu sehen von den zahlen päckchen nur noch drei mal gucken aha das sieht schwer verdächtig nach fenster aus die fenster und das dürfen wir hier rauf stecken doll leicht nur ein bisschen bisschen mehr ich weiß es nicht nur rauf legen also nicht so doll nur rauf legen naja ich denke mal das kriegen wir dann später hin mit wie das dann ja sein wird so das war dann päckchen 21 freut euch auf morgen ich bin so wie ich und ja wir sehen uns hoffentlich morgen wieder tschüss macht's gut ahoi und kick mal weiter in